Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpaket für dich und zwar habe ich mit der lieben Jana vom Kanal White Swan Beauty ein Tauschpaket gemacht, mal wieder und dieses Mal zum Thema Frühling. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu gucken, was sich in diesem geilen Karton verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Jana ist ein unfassbar süßer Mensch. Ich finde die so hübsch, das ist unfassbar. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, ich verlinke dir mal hier oben ihren Kanal. Die ist echt, ich mag die. Die ist einfach nett und hübsch und ich weiß nicht, ich finde die einfach unfassbar. Ja, und wir teilen das gleiche Interesse, nämlich Beauty und so. Und ja, da hatten wir dann letztens mal geschrieben und gesagt, Mensch, es ist mal wieder Zeit für ein Tauschpaket. Und ja, da habe ich jetzt hier dieses große Ding. Der Karton kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den habe ich auch für sie verwendet. Ja, ich glaube, das kommt dem Ganzen schon ganz nah. Ja, erstmal aufmachen. Das Ding ist einfach zugebombt mit Klebeband, weil ich hatte das zugeklebt und der Tatjana hat das zugeklebt. Im Übrigen kam das ja ganz ursprünglich von der Degusta-Box. So sieht das schöne Stück von innen aus und es riecht schon mal richtig gut hier raus. Oh, Jana, ich freue mich schon so. Die ist immer so toll, die hat immer so schöne Ideen und ach, boah, der Duft, der da rauskommt, ist richtig geil. Ich weiß nicht. So richtig, als hätte sie da Parfüm reingesprüht. Es riecht so nach Blumen und nach Frisch und nach Frühling halt. Und passend dann auch die Karte für Claudi, bereit für den Frühling. Ja, get ready for Spring, Leute. Oh, wie süß eigentlich dieser Marienkäfer ist, ne? Ich mag sowas. Eine Blumikarte. Oh, schön, diese Pfingstrosen. Ich liebe Pfingstrosen. Ich habe auch eine Pfingstrose letztes Jahr zum Geburtstag gekriegt und die ist auch bei uns im Garten eingepflanzt. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr wieder. Mal gucken, jetzt sieht die gerade sehr, sehr schlimm aus. Mein Schwesterherz. Oh ja, wir sind echt Schwestern im Geist. Ich sage euch, das ist so unfassbar, wie ähnlich wir uns sind. Ich liebe dich für deine natürliche und lebensfrohe Art und freue mich wahnsinnig, wieder mit dir ein Tauschpaket zu machen. Schatz, ich freue mich auch. Echt. Das ist so geil. Ich bin sehr gespannt, wie dir meine mit viel Liebe ausgewählten Produkte gefallen und freue mich auf dein Video. Hier ist das Video. Bis zum nächsten Tauschpaket kann ich es kaum erwarten. Ich auch nicht. Warum hat das Jahr eigentlich nur vier Jahreszeiten? Das ist echt furchtbar. Viel Spaß beim Auspacken, mein Schatz. Dicker Knutscher und ganz liebe Grüße. Deine Jana. White Swan Beauty. Oh, das ist so toll. Und schaut euch das mal an. Oh, es ist echt hübsch von innen. Oh, richtig geil. Ich bin so gespannt. Und es riecht so geil. So, dann gucken wir mal rein. Übrigens, richtig geiles Geschenkpapier. Das ist mal Frühling, oder? Die Schmetterlinge. Und oh, ist das schön. Verpackungsopfer. Niedliche Tiere. Und dann ist hier so... Oh, es ist niedlich. So ein Igel drauf. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Verpackungsopfer sagt ganz laut hallo. Richtig geil. Facial Clay Mask. Hashtag The Ultimate Indulging Treatment for You. Das ist mit Erdbeere, mit Schokolade, mit totem Meersalz, mit Avocado. Oh, geil. Und da sind so Türen, so Türen, so tolle Tiere drauf. Oh, ist das niedlich. Ah, schon als erstes finde ich richtig geil. Oh, wie niedlich. So sehen die Schätzchen aus. Ich finde die ja richtig cool. Oh, was ist so schön zum Benutzen. Hashtag Foxy Glam. Hashtag Meowgical. Hashtag OhMyDeal. Und Hashtag It's All Good. Cool. Richtig geil. Ich freue mich, die schon echt zu benutzen. Und ja, das... Ja, ja. Masken Video und so. Hallo. Ich freue mich. Danke. Das ist meins. Das ist voll meins. Das ist echt mein Geschmack, Leute. Unfassbar. So, dann freue ich mich schon auf das nächste. Was ist das? So niedlich. Niedliche Pflege. Ach, guck mal. Und schon wieder ein Igel und ein Marienkäfer. Cool. Oh, von BB. Peanuts Zartcreme. Ach, wie schön. Mit Snoopy. Oh, richtig geil. Ich mag die BB-Cremes total gerne. BB ist sowieso meins. Oh, ich liebe den Geruch. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Ach, das kann man super nehmen für die Hände oder wenn du mal, das kannst du in die Handtasche super packen. Und wenn du dann irgendwie eine raue Stelle hast, ich habe das oft an den Ellenbogen oder an den Schienenbeinen oder an den Knien oder so, dann kannst du dir das eben kurz drauf machen und dann hast du schön gepflegte Haut und das riecht so geil. Dankeschön. Kleiner Disclaimer. Der Spitzname von meinem Papa, als der jugendlich war, war Snoopy. Richtig cool. Das passt. Hier steht drauf, gute Laune. Und wieder ein Marienkäfer. Dieses Washi-Tape ist auch so schön, ne? Mit so Schleifen. Oh, mega cool. Und Herzchen. Ja, Duschbombe, gute Laune. Die wird weiter wandern. Ich mag keine Duschbomben. Ich habe die schon mal probiert und ich finde die furchtbar. Aber ich weiß, dass du mir mit diesem Päckchen gute Laune geben wolltest. Hier steht drauf, tolle Duftrichtung. Bist du vielleicht der Grund, weswegen es hier gerade so geil riecht? Schauen wir mal. Von Isana, Himbeere und Jasmin. Ein Rasierschaum für eine sanfte Rasur mit Alu-Vera. Das ist cool. Rasierschaum und so weiter brauche ich. Es ist nicht so oft, dass ich mir welche nachkaufe oder so. Und ja, nicht oft, dass ich die so gerne mag. Zum Beispiel das Balea Rasieröl. Das fand ich ziemlich cool. Den Rasierer verstopft zwar ein bisschen dadurch, aber der ist gut. Weil ich halt sehr empfindliche Haut habe beim Rasieren. Deswegen richtig cool. Und mit Himbeere und Jasmin. Ich habe bislang immer nur diese ganz klassischen gesehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der riecht gut. Ich kann den jetzt schlecht testen, weil dann habe ich hier Rasierschaum. Ach komm, man soll's. Ich mache den mal so ein bisschen hier auf so ein Tuch. Boah, riecht der geil. Der erinnert mich an irgendwas. An irgendein Getränk, glaube ich. Oh, das riecht so geil nach Himbeere. Richtig geil. Nomm. Also, wäre das kein Rasierschaum, ne? Sondern irgendwie so eine geile Sahne oder so mit diesem Duft. Ich würde es essen. Ich würde die ganze Tube leer essen. Richtig geiler Geruch. Boah. Danke. Als nächstes habe ich dieses Ding. Banana. Oh nein. Ist das die Banana-Herrkur, wo ich raste aus? Wenn das die ist, Schatz, ich raste aus. Nein. Ja. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Banana, Banana. Richtig geil. Ich hatte das mal als Probe und ich... Oh. Du. Und fand das so geil. Ich liebe den Geruch. Und sie hatte das letztens auch in einem Video von sich drin und gezeigt, war das ein Haul oder war das ein Aufgebraucht-Video? Ich glaube, das war das Aufgebraucht-Video. Und da hatte ich auch drunter geschrieben, dass ich die so geil finde. Was für ein geiler Mensch bist du, dass du mir das reinpackst. Richtig geil. Oh. Oh, das riecht so geil. So, so geil nach Bananemilchshake. Oh. Danke. Schatz. Mega geil. Mega geil. Das kannst du als Leave-In benutzen. Das kannst du als Maske benutzen. Das kannst du als Spülung benutzen. Das ist so, so cool. Ich mag das am liebsten tatsächlich als Maske. Da funktioniert das bei mir am besten. Oder wenn ich mir das vor dem Duschen in die Haare gebe, in die trockenen Haare und das dann ausspüle, werden die Haare auch so ultra weich. Richtig geil. Dankeschön. Und ich freue mich darüber. Das ist richtig geil. Pflegendes Bananerherflut. No, 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 no. Muss ich nur aufpassen, dass ich das nicht aufesse, weil das einfach... So geil riecht. Und noch mehr Frühlingspflege. Von I plus M, die Deo-Creme. Ja, Naturkosmetik. I plus M mag ich sehr gerne. Benutze ich zurzeit als Tagescreme tatsächlich. Ich muss die Deo-Creme echt bald austesten. Da hast du vollkommen recht. Floral Swing ist die Duftrichtung. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin bei diesen Deo-Cremes immer etwas skeptisch. Muss ich gestehen. Weil ich finde es einfacher, mir einfach ein Deo unter die Achsen zu sprühen und fertig. Oder einen Deo-Roller zu nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rexona Maximum Protect, wie auch immer, benutze. Aber die muss ich dann doch mal testen. Dann hast du mir einen Handbalsam in der Duftrichtung Bio Rose reingelegt von Altera. Also das muss ich dann auch mal ausprobieren. Ich liebe solche Düfte. Rose und so ist voll mein Ding. Das ging mir nicht so gut auf. Ja, das riecht richtig gut. Und der ist auch nicht so riesig, ne? Dann kann man den auch mal aufbrauchen. Muss ich mal verwenden. Ich habe aktuell einen am Bett stehen. Der geht jetzt aber bald leer. Und damit ich halt immer, wenn ich ins Bett gehe, an dich denke, kann ich den eigentlich aus alter Tradition mal ans Bett stellen, oder? Weil ich hatte letztens auch einen von Isana von dir bekommen. Mit diesem Hündchen drauf. Den hatte ich ja am Bett stehen und habe jeden Abend an dich gedacht. Und eigentlich müsste der jetzt quasi wieder ins Bett. Und dann hat sie mir in das Päckchen noch ein Päckchen gepackt und hat draufgeschrieben, ich liebe diesen Geruch. Von Lavenie. Ein Nagelöl Bubblegum. Okay. Ich habe letztens ja ein Nagelöl aussortiert, weil das nicht gut war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Im letzten Aufgebraucht-Video. Dann kann ich auf jeden Fall ein neues gebrauchen. Also vor allem für meine Füße. Jetzt, nachdem ich die Fußmaske benutzt habe. Und das ist so eine Pipette jetzt. Das hat einen sehr, sehr dezenten Geruch. Aber es ist schön süß. Nom, nom. Oh. Oh. Ich mag Düfte, ne? Dankeschön. Richtig cool. Also wenn es dann auch noch pflegt und nicht nur gut riecht, da freue ich mich drauf. Das ist cool. Das kann man super nach dem Duschen verwenden. Und dann so auf die Nagelhaut geben. Hier bei meinen Gehennägeln ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ich versuche es halt immer wieder. Aber hauptsächlich bei meinen Füßen kommt das zum Einsatz. Geile Sache. Vor allem, wenn man jetzt an den Sommer denkt und an den Frühling. Wenn man auch vielleicht mal offene Schuhe tragen möchte. Da sollte das alles dann auch ein bisschen gepflegter aussehen. Ja. Kann ich gebrauchen. Danke. Es sind noch so viele Sachen in diesem Karton drin. Wahnsinn. Boah, das ist immer so geil. Ich liebe das. Wenn man so die Sachen auspackt, ist das wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ja, Glücksgefühle habe ich hier in meiner Hand. Oh, nom. Von Katjes was zu naschen. Dankeschön. Richtig cool. Ich liebe Katjes. Das ist so, so lecker. Ja. Egal, ob Joghurt, Gums oder... Ich liebe sie alle. Und richtig cool. Ich mag auch sehr gerne Weingummis. Und da sind Schmetterlinge drauf und Marienkäfer. Und Fliegenpülze und Hufeisen und Kleeblätter. Richtig geil. Dankeschön. Nom, nom. Jetzt kann ich endlich wirklich was von dem essen, was du mir reingepackt hast. Dann ist alles... Es riecht alles zum Anbeißen. Für wohlig, glatte und streichelzarte Haut im Frühling. Ob da wohl eine Bodylotion oder sowas drin ist. Oh ja, geil. Naturebox ist auch eine Marke, die ich jetzt das ein oder andere Mal verwendet habe und bislang bei mir für gut befunden habe. Körperpeeling mit geil kaltgepresstem Avocadoöl für wohlig, glatte und streichelzarte Haut. Energy for Pure Beauty. Mega cool. Da freue ich mich drauf. Und wunderschön, riecht das? Riecht das auch so gut wie das Shampoo? Das riecht auch gut. Es riecht frisch, aber nicht zu frisch. Und das werde ich gut gebrauchen können. Das sieht auch ganz gut aus mit den Peeling-Körnern. Ich denke, dass es so Avocado dann auch wirklich ist, von den Körnern her. Also in dem Sinne dann auch biologisch abbaubar. Richtig geil. Dankeschön. Cooles Produkt. Ich liebe Körperpeelings. Jeden Dienstag und Freitag benutze ich ein Körperpeeling, ein Gesichtspeeling, eine Haarmaske und Haaröl. Das sind immer so meine Pflegetage. Hat sich bei mir so ein gebürgert. Mega geil. Dankeschön. Und das passt auch farblich schön. Frühling ist grün. Dieses Apfelgrün mag ich auch so gerne. Pflegende Auszeit mit einer süßen Erdbeereistüte, einem warmen Apfelkuchen und süßduftendem Honig. Was ist hier drin? Apfelkuchen ist da wohl nicht drin. Die liebe Jana ist genauso ein Maskenfan wie ich. Und da hat sie mir hier einfach mal vier richtig geile Isana Young Masken reingepackt. Das ist einmal die Strawberry Dream Maske. Dann hier die Apple Pie Maske. Da freue ich mich richtig drauf. Apfelkuchen. Hoffentlich esse ich die nicht auf. Und Sweet Honey Maske. Mega geil. Das sind solche Pöttchen. Und dann, die reichen vielleicht sogar für zwei Anwendungen. Muss ich mal gucken, wie viel da so drin ist. Und dann kann ich mir die auf mein Gesicht geben. Und mir einen gemütlichen Nachmittag damit machen. Oder Abend. Geil. Richtig geil. Im Frühling bereiten wir sie auf den Sommer vor. Die Füße. Definitiv. Hier hat sie mir reingepackt. Die Baumwollsäckchen mit Stretch von For Your Beauty. Das ist cool. So Füßlinge sind das. Die kannst du dir dann drüber ziehen, wenn du dir eine Fußmaske oder sowas machst. Diese leichten Baumwollsäckchen mit Stretch wärmen die Füße und sind ideal, um die Wirkung ihrer Fußcreme zu verstärken. Die Füße großzügig eincremen. Am besten nach einem entspannenden Fußbad. Und dann die Säckchen über Nacht tragen. Durch die Wärme öffnen sich die Poren der Haut. Und Wirkstoffe können besser aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine geschmeidige Haut. Richtig cool. Hoffentlich passen mir die. Aber wenn hier draufsteht mit Stretch, dann wird das so passen. Ich hab ja schon Größe 41. Ich mit meinen Riesenfüßen immer. Oder wie man sagen könnte, ich liebe auf großem Fuß. Dann hat sie mir reingepackt von Fußwoll. Eine Fußbutter mit Shea-Butter und Avocado-Öl für sehr trockene Haut. Richtig gut. Ich hatte ja letztens die Fußmaske gemacht. Und da bietet es sich an, dieses geschmeidige Babyfußgefühl noch weiterhin zu halten. Und ja, da kommt das Ganze gelegen. Oh, die riecht gut. Die riecht, als würde meine Füße richtig geil fliegen. Richtig cool. Dankeschön. Richtig, richtig geil. Solche Baumwoll-Söckchen hatte ich noch nie für meine Füße. Ich hab immer normale Söckchen getragen und das hat immer genervt. Das ist geil. Im Frühling erblüht auch deine Haut. Es ist ganz schön groß. Was kann da denn drin sein? Das ist riesig. Wie geil ist das denn? Von Cadea Vera. Beautybooster-Tuchmasken-Set. Wow. Wir haben ja keinen Müller. Und ich hab sowas noch nie gesehen. Richtig cool. Mega geil. Drei exklusive Tuchmasken. Ultra. Oh, Lady, du machst mich immer glücklicher. Ich sag dir das. Richtig geil. Boah, und die sehen auch richtig cool aus. Guck mal, das ist hier diese Hydra Express-Maske. Eine Hydrogenmaske. Zweigeteilt. Ich liebe zweigeteilte Hydrogenmasken. Ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie diese Neutrogenart-Maske. Mega. Silberne Luxus-Feuchtigkeitsmaske. Die wird sowas von getestet. Dann Glowbooster-Maske. Hydratisierend und glättend. Ist das nicht eine ultra geile Verpackung? So mega spacey. Oh, ich liebe es. Und Rosenwasser-Hydro-Gelmaske mit zartem Spitzendesign. Das erinnert mich ein bisschen an diese Balea-Bala. Bala-Bala. Balea-Tuchmaske. Ja, ich bin gerade ein bisschen Bala-Bala. Ich bin immer ein bisschen Bala-Bala, wenn ich solche Pakete auspacke, weil ich immer so nervös bin und das immer so unfassbar toll finde und mir das so viel Spaß macht. Danke. Sorgt für noch mehr Frühlingsgefühle. Da ist irgendwas Flüssiges drin. Dein Ernst von Elizabeth Arden. Green Tree Nectarine Blossom oder Toilette Spray. Ey, guckt euch mal an, wie wunderschön das ist. Das ist Frühling pur. Und wie riesig. Wow. Oh, das riecht richtig sommerlich, frühlingshaft frisch. Aber nicht negativ frisch, sondern positiv frisch. Oh, das gefällt mir. Geiler Duft. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Das ist ein cooler Duft. Den kann ich auch gut im Büro tragen, ohne dass meine Kollegin, die mir gegenüber sitzt, umfällt vor lauter Duft-Explosion. Geiles Teil. Dankeschön. Etwas Frühling in dekorativer Form. Schatz, ich finde, dass hier ungefähr alles in dekorativer Frühlingsform ist. Guck dir mal an, wie bunt das aussieht. Das gefällt mir so gut. Oh, oder ist es dekorative Kosmetik? Claudia auf Eskalationsstufe 5000. Oh, ist das süß. Das ist ein richtig schönes Make-up-Säckchen mit Löwenzahn drauf. Oh, richtig cool. Das fühlt sich schön an. Catrice Precious Pigments Loose Eyeshadow. Wow. Lila? Ernsthaft? Das ist krass. Pigmente und ich haben uns noch nicht allzu sehr angefreundet. Ich kann es ja mal versuchen. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst. Also ich habe ja auch, ich glaube, da braucht man aber auch einen Pigmentkleber oder so für. Da brauche ich deine Hilfe, Schätzelein. Du musst mir sagen, wie ich das verwenden soll. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas verwendet. Hey. Von Sleek Candy Tint beim Marshmallow. Oh, ich liebe Marshmallow. Die Farbe ist auch echt schön. Das sieht ja cool aus. Fast so wie meine Lippenfarbe jetzt gerade. Geil. So sieht das Schätzchen aus. Richtig schön edel. Das gefällt mir. Schöne Farbe. Ui, die ist schön dezent. Das ist cool. Das gefällt mir. Das kannst du richtig toll im Frühling tragen. Geil. Oh. Geil, 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 geil. Dankeschön. My skin, my shake, my make-up. Gut. Von Miss Lynn. Glow Farid Strobing Powder. Ich finde diese kleinen Palettchen ja unfassbar süß, ne? Und das ist ein Highlighter. Oh ja. Baby, mach mich glücklich. Boah. Oh, der ist schön. Der ist richtig schön. Geil. Dankeschön. Da freue ich mich drauf. Das so benutzen. Da freue ich mich drüber und da freue ich mich drauf. Dann ist noch in diesem Päckchen von Catrice Light Spectrum Strobing Brick in der Farbe Brown Brilliance. Und da muss ich gestehen, den hatte ich letztens in so einer Surprise Box mit drin. Der hat mir leider nicht so gut gefallen. Deswegen wird der auch leider weiter wandern. Ja. Aber ich habe ja dafür den von Miss Lynn. Der ist richtig geil. Und das letzte, was da mit drin ist, ist ein Vintage Spiegel, glaube ich. Geil. So ein Taschenspiegel. Ja. Richtig geil. Jetzt seht ihr euch doppelt. Geil. Dankeschön. Der ist schön. Der ist richtig schön. Etwas Neues. Oh, diese Igel. Und dieses Geschenkpapier. Gliscor. Schwereloser Gelconditioner zum Ausspülen. Total Repair. Leichte Gelformel für sanfte Reparatur und Geschmeidigkeit. Für die tägliche Anwendung geeignet. Ohne Parabene für dünnes, trockenes Haar. Schatz, das habe ich. Wie geil bist du denn? Sanft in feuchten Haar verteilen. Gut ausspülen. Regelmäßig anwenden. Geil. Das kann man unter die Dusche stellen. Ich finde sowas ja super. Ich liebe solche Pumpspender. Ich finde das viel besser, als wenn du so Quetschflaschen hast. Oh, da riechen wir doch erstmal dran. Ja, dieser typische Gliscor. Geile Geruch. Boah, mega geil. Dankeschön. Den kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Sneakpeak. Ich liebe Melone. Ach, wie geil. Irgendwas mit Melone. Ich liebe auch Melone. Irgendeine Tube. Oh, ist das irgendwas? So ein Eincreme. So eine Body Lotion oder so? Eine Melone. Ja. Ja. Von Apeo. You are one in the melon. Body Lotion. Euch. Oh. Schatz, danke. Richtig geil. You are one in the melon. Ich liebe diesen Spruch. Ich liebe Wassermelone. Ich liebe Honigmelone. Ich liebe Melone. Oh. Drauf machen. Oh, es riecht so schön jetzt schon. Oh ja. Es riecht so geil nach Melone. Oh, danke. Mega. Oh. Mega geil. Ich, oh. Hm. So ein geil riechendes Paket, Schatz. Bombastisch. Etwas Frühling in die eigenen vier Wände holen. Die hat mir Deko mit reingepackt. Wie geil. Ist das süß. Ich habe tatsächlich auch gestern zu meinem Freund gesagt, dass wir so langsam mal frühlingshaft dekorieren dürften. Die werden sowas von mit in unsere Deko einschließen. Geil. Da fällt jetzt ganz viel Stroh raus. Oh nein. Das ist kaputt gegangen. Schade. Es hat den Transport leider nicht so ganz überlebt, aber es ist wunderschön. Es ist total niedlich. Oh. Das ist auch leider kaputt angekommen. Schade, schade. Aber es ist total süß. Ach Mensch. Schade, dass das Glas gebrochen ist. Aber das ist immer das Problem, wenn man halt Sachen versendet, ne. Dann hat man leider das Problem, dass es auch sehr schnell kaputt gehen kann. Ich werde auf jeden Fall die kleinen Marienkäfermänner hier in Ehren halten. Girls Wanna Have Fun. Oh, da hat sie recht. Geil. Richtig geil. Von Looko Look. Ich liebe diese Teile. Ich... Moment. Daumen hoch, wer auch diese Ketten damals hatte. Oh, ich habe sie geliebt. Ich hatte immer diese Ketten mir geholt aus dem Tante-Emma-Laden. Und diese Armbänder. Und es war so geil. Wo man auch so ein Uhrenblatt drauf hatte. Das war nie so geil. Aber das war immer richtig... Dankeschön. Richtig geil. Damit werde ich meinen Spaß haben. Und ja, auch mit den mega leckeren Sachen. Danke, Schatz. Oh, geil. Ja, wir sind eine Generation, man merkt es kaum. Flower Power. Von Sonnentor. Flower Power Bio Gewürzblüten Zucker Zubereitung. Was ist das? Für blumig bunte Geschmackserlebnisse. Die würzige Süße macht Desserts, Mehl, Speisen und Kuchen bunt und gut. Wer Schlagobers, Cremes oder Eis verschönern möchte, sollte Flower Power zu Hause haben. Geil. Das kann man so als Topping über Eis machen. Geil. Das habe ich noch nie. Geil. Das kenne ich noch gar nicht. Richtig cool. Ich liebe es, so Toppings über Eis tatsächlich drüber zu machen. Das wird cool. Dankeschön. Mega geil. Sneak Peek. Ich fühle mich lebendig. Du auch? Ja, doch. Kann man wohl so sagen. Ich fühle mich sehr lebendig. Gerade wenn ich hier solche geilen Sachen auspacken darf. Und einfach. Ich fühle mich lebendig. Oh, schon wieder was mit Melone. Wie geil. Von Duschdass. Von der Natur inspirierte Düfte. Body Lotion. Ich fühle mich lebendig. Mit Gurken und Melonenduft. Oh, richtig cool. Gurke ist auch immer geil. Nehmen wir mal den anderen Arm, den wir eben noch nicht eingecremt haben. Wow, das riecht gut. Es riecht ein bisschen künstlicher als das andere. Aber es riecht geil. Also künstlicher, ein bisschen cremiger. Aber es riecht gut. Nom, 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 nom. Richtig geil. Dankeschön. Ich freue mich. Und das ist leider schon das letzte. Und hier steht drauf. Dogs wanna have fun. Ja, Sammy möchte auch mit dabei sein. Was hast du denn für den lieben Sammy mit dabei gepackt? Der wird sich bestimmt freuen. Fragen wir ihn gleich mal. Oh ja. Von Betty Gree. Rap. Das sind so geile Viecher, wo du so Fleisch auch mit drum zu hast. Das ist, glaube ich, ganz gut. Teile schöne Momente mit deinem Hund und Pedigree Rap. Knusprige Sticks mit köstlichem Geschmack von echtem Huhn, die ihr Hund lieben wird. Geil. Sam, Sam. Komm schnell. Ein Fräuchchen hat einen Jan für dich. Okay, man sieht ihn nicht so gut. Ich komme da eben. Sammy. Komm mal her. Sammy, Jan. Na los. Das ist dein Jan. Liebe Jana, vielen, vielen Dank. Auch von Sammy. Vielen Dank, ganz offensichtlich. Ja, wie ihr seht, es ist einfach der Wahnsinn, oder? Ja, es sieht aus wie in einer kleinen Drogerie, hier so schön aufgestellt in diesem Regal. Jana, immer wieder gerne. Du weißt es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Schwester im Geiste, das ist echt der Wahnsinn. Ich freue mich schon, alles auszuprobieren und zu verwenden und zu benutzen und immer wieder an dich zu denken. Die ganzen Marienkäfer habe ich übrigens auch bewahrt und hier reingeklebt. Oh ja, es hat mich wirklich sehr gefreut. Schaut gerne bei der lieben Jana vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Und liebe Jana, für dich 5 Milliarden Küssen schicke ich jetzt. So, auf diesem Wege zu dir. Hier oben findest du den Kanal von der lieben Jana. Hier unten das Video zu dem Tauschpaket, was ich ihr geschickt habe. Hier oben findest du meinen Kanal, wo du draufklicken kannst und mich abonnieren möchtest, wenn du möchtest. Und hier unten nochmal eine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.